Boah. Nächste Frage. Mathematik. Weil es mir Spaß macht mittlerweile. Lernen, Gemeinschaft mit anderen Lehrlingen. Motivation, Genauigkeit und selber arbeiten können. Eigenständigkeit. Was weiß ich noch nicht? Nein, weiß ich noch nicht. Das lässt sich spontan auf mich zukommen. Es sind zu viele. Ich habe nicht gewusst, was ich machen will. Weil es zu viele Möglichkeiten gehören hat für mich selber. Der Lehrabschluss. Buche. Das Holz gefällt mir einfach so gut. Ja, dann muss ich an die frische Luft um mich sammeln. Das Abschalten. Das Leben des Saschas. Das sind meine Ausbilder. Das sind meine Vorbilder.